Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute dreht sich alles um die aufregende Welt von Leeds Dance und die neuesten Enthüllungen von Ekaterina Leonova und Paul Janke. Wisst ihr, Leeds Dance hat uns schon so viele unvergessliche Momente beschert. Und einer der größten Stars aus der Show ist zweifellos Ekaterina Leonova. In 17 Staffeln hat sie uns mit ihrem atemberaubenden Tanz und ihrer unglaublichen Präsenz verzaubert. Doch hinter den glamourösen Schlagzeilen verbirgt sich oft eine andere Realität, wie sie kürzlich in einem Interview mit RTL enthüllte. Leonova berichtete von den Schattenseiten des Ruhms, von den verletzenden Kommentaren und Gerüchten, die sie oft treffen. Doch trotz allem hält sie an ihrer Authentizität fest und sehnt sich nach einem Partner, der sie in ihrer Natürlichkeit liebt, nicht nur im Rampenlicht der Bühne. Und was ist mit ihrem aktuellen Tanzpartner Detlef Soest? Nun, er hat von Anfang an klargestellt, dass für ihn nur seine Frau zählt und er nicht von oberflächlichen Gedanken abgelenkt wird. Eine wahre Inspiration für wahre Liebe. Aber Moment mal, was ist mit Paul Janke? In einer kürzlichen Ausgabe von Stern TV blickte er zurück auf seine Zeit mit Leonova und gestand, dass die Nähe beim Tanzen zu einem gewissen Prickeln führen kann. Doch trotz der Versuchung blieb ihre Beziehung stets professionell. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Beziehungen hinter den Kulissen von Let's Dance entwickeln. Und wir können es kaum erwarten, mehr zu erfahren. Also bleibt dran für weitere spannende Updates aus der Welt des Tanzes. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine unserer kommenden Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal. Skys!